Kein Schlazer, wenn man sich auf das Bruch kommt, keine Lieben, kein Essen, was überleben lässt. Keine Heimat, kein Zuhause, auf der Straße leben, es zerreißt sie draus. Raus, ob das wahre Leben, es müsste doch gar keine Obdachlosen geben. Solange in der Kälte draußen gesessen, würden sie auch gerne eine warme Mahlzeit essen. Vom Schlafen, auf dem harten Stein oder an der Parkbank, werden sie leider auch schnell krank. Deshalb sollten sie in Medizin gehen, denn so erhalten sie ein Menschenleben. Zu Schlafen werden sie auch noch verjagt und von der Begrätschaft abgekragen. Es gibt zu viele arme Leute, das müsste doch gar nicht sein heute. Jeder Mensch, egal welche Autohabe er hat, welcher Nationalität er angehört, welcher Religion er ausfindet, kann doch da leben, wo er will. Solange es die Ungerechtigkeiten gibt, bleibt unser aller Stimme nicht still. Ein Abend und ein wenig Geld, ein Zauch und ein Zelt, ein Bett und ein Schlafstuhl, schon nennt man sich nicht mehr das Rumpf. Ein wenig Geld, ein wenig Geld und ein Nest, das ist das, was die Vagabund überlebt, lässt. Bumm, 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 bumm Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020